Hallöchen und willkommen zurück hier bei einer Runde Orksmastai, der steil lang und zwar läuft es bei Starcraft nicht gut, also muss ich mich wieder ein bisschen abreagieren. So und wir spielen einfach eine schöne Runde Orksschnitzeln, denn das ist immer gut, Orks einfach nur wegknüppeln. Da geht es einem besser. Wo machen wir es denn enger? Wo mache ich es enger? Ich mache es hier schon. Also ich setze der Plan, dass wir sozusagen alle hier auf die Schiene lang müssen und dadurch da den Damage bekommen. Und vorher könnte ich auch noch welche verbrennen. So hier das. Hier drüben, die haben nicht so viel Schiene, also die hier drüben, da klappt das nicht so geil. Okay, mehr geht nicht, also dann lassen wir mal die Horde los. Jetzt kommen wir erst mal nur von hier, wie es aussieht. Können wir die schnell wegknüppeln alle. Können schon mal unsere Münze aktivieren für mehr Cash. Die würde schön mehr fallen. Bam, noch schöner Headshot. Zack. Da läuft die Treffer sehr gut voran. Oh, da kommt doch schon ein Flieger. Obwohl es sind nicht viele. So treffe ich es halt nicht mit der Waffe. So, Flieger so ein Eck. Und hier, die fahren alle schön immer den Dings rein. Und noch eine Runde. Bam. Selbst die haben wir mitgenommen. Genau, die werden auch mitgenommen. So, jetzt geht es drüben weiter. Da müssen wir drüben schnell fallen bauen. Zack, auf geht's. Zum Glück macht der Wagen hier kein Damage. So, kommst du jetzt nur von hier? Ja, lass mal nur von hier, okay. Also immer die Mini mit dem Blick haben. Hier kommen wir auch schon. So, da haben wir den ersten Down, den zweiten Down, den dritten Down. Und die verbrennen hier eigentlich alle. Oder werden vom Minenwagen mitgenommen. Das ist sehr gut. So, kann ich hier noch irgendwo umstellen? Hier kann ich umstellen, dann kann er dann da lang. Nee, das ist, nee, so ist besser. Passt schon so. Alles schön weggebraten. Die habe ich ja, glaube ich, das letzte Mal abgebraten, dass die dreimal brennen können. Das macht sich dann schon bezahlt. Bevor sie sich wieder aufladen müssen. Vor allem bei solchen, ne, Billig-Orks hier. Da ist das ja kein Ding. Die halten nicht viel aus. Oh, die eine Bumme war richtig gut. Die ging nur auf mich. Zack, Blumong-Headie, alle abgehaddiet. Kommen noch mehr. Das ist aber nicht schlimm. Da fahrt aber noch ein bisschen rum. Flieger kommen keine, also alles schick. Boah, nochmal schön durchgefahren. Bam, Mist. Ah, jetzt brennen sie wieder. Na dann, komm. Ja, nicht, warum nicht? So, nächste Welle in ein paar Sekündchen. Das heißt, wir bauen noch ein paar Fallen. Wir machen mal hier noch so ein bisschen. Mehr geht nicht, kein Geld. Nur die Flieger machen mir ein bisschen Sorge. Okay, es geht wieder von rechts los. Okay. Also, dieser Minenwagen, der ist richtig geil. Soll ich mich aber drüben drum kümmern, weil da ist nicht so viel mit Fallen. Wobei geht er eigentlich auch. Und da geht's auch. Alter, hier macht der Minenwagen, macht echt hier viel aus. Kommt hier fast gar nichts durch. Drüben räumt jetzt der Wagen wieder auf. Und zack, einmal durch. Und auf der anderen Seite habe ich hier meine Fallen. Und auch den Wagen, ne. Hier vorne könnte ich noch enger machen, würde ich hier runter schuppen lassen. Das werde ich noch machen, dann. Aber dafür brauche ich erst mal noch ein bisschen mehr Money. Bäm. Das ist Granate in eurem Gesicht, ey. Ihr Bastarde. So. Jetzt sammeln wir erst mal das ganze Cash ein. Hier noch die Münze. Da die Münze drüben sind keine. Und hier wollte ich hier enger machen. Geht das? Ja, es geht ordentlich. Okay, verkaufen. Und wenn sie hier lang kommen, machen wir das so. Hier machen wir noch ein bisschen. Ne, die ist scheiße. Hallo. Danke. Aber wir sind ja los hier. Klick ordentlich vorbei. Zack. Und dann los. Komm. Hortig. Berge geht's. Jetzt kommt Flieger. Müssen wir jetzt schon ein bisschen anhitten. So, Flieger sind down. Oh, hier kommt ein Gigger. Aber der hat schon in der Wagen genug gemacht. Genau wie jetzt sind einfach nochmal alle mit. Oh, ich muss niesen gleich. Oh, tut mir leid. Vielleicht wird so nichts. Ah. Oh. Ich musste doch niesen. Sorry dafür. Ich hab's leise gemacht. Kommt hier mal durch? Nö, ne? Oh. Ich hätte die gekriegt. Oh, der stirbt. Sehr gut. Oh, drüben hier will jemand durchkommen. Die hier wollte mich beschießen. Was soll das? Braucht mehr Münzen. Mehr Cash. So, wir gucken wieder runter. Aber eigentlich. Oh, der ist durchkommen. Wo müsste halt das hin? Und dann kriegst du noch einen Kopfschuss. Wow. Hallo. 4.000 Cash. Oh, meine damit. Was mach ich damit? Wir wollen einfach nochmal fallen. Genau, für euch wird's ungemütlich. Wir dreckigen, fiesen, fetten Urxen. Und wir hätten die unten nicht getroffen. So, den Rest machen eigentlich meine Feuerpfeil. Aber drüben macht ja eigentlich auch alles der Wagen. Ich muss hier bei der Map gar nichts machen. Ist ja richtig. Ist voll cool. Zack, der Wagen räumt die weg. Ich komm schon runter, der Wagen. Und einen kann ich immer nochmal weg hätten. Tja. Verbrannt, weggeschossen. Verbrannt, weggeschossen. Hier, kommt keiner. Verbrannt. Oh, der ist gekommen. Oh, der ist gekommen. Selbst der verbrennt sich die Füße. Oh, 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 oh. Jetzt macht's mal. Haarig. Zu früh gelobt, aber alles schick. Hier ist der dicke Sturm. Aber braucht halt für die Fallen, dass die mindestens drei verbrennen können. Sonst. Du bringst die verbrennenden Fallen, die Sengen fallen nicht. Das ist dann weggeflogen. Habt ihr's gesehen auf der Minimap? Tchuuu. Der war weg. Hier muss irgendwo noch Münzen liegen. Ich hab so viel Cashed. Ich weiß nicht, wohin damit. Naja, komm. Was soll's. Wir vorbraten einfach Fallen. Und hier hinten ist noch meine 50er Münze. Für den dicken, fetten Ogre. Der ist ja, wo kommt er ordentlich Damage. Und jetzt muss ich ein bisschen zurück. Aber, es sieht noch okay aus. Hier kann man halt nicht zurückschicken. Das ist halt echt doof. Aber da ist nur einer. Okay. Kommt irgendwo hier? Nee. Geben wir mal hier durch. Aber das werden wir jetzt auch mal vorhin dann so. Ja, jetzt kriegt alle wieder noch eine Wagenladung ab. Oh, einer kommt durch. Nein. Warum? Ob. Ich hab ihn zu spät gesehen. Ach, Menö. Diese kleinen Ratten, ey. So, hab ich das Cache eingesammelt. Ja, die sind viel zu schnell. 7.000 Münzen. Ich kann so viele Feiern bauen. Nur gegen die Flieger hab ich halt nicht wirklich was. So, das ist besser für mich. Den Weg ein bisschen einengen. Es kamen ja noch keine, die explodieren. Also alles schick. Kriege ich die Münze nicht mehr jetzt. Bin über das Hingebaut doch. So, wie sieht's aus? Wir sind down. Rest ist schick. Mehr als schick. Hier kommt der Flieger. Holen wir schnell von dem Himmel. So, schick. Schick soweit. Die ist auch schick soweit. Können wir das mal aktivieren. Und, haben wir die auch von dem Himmel geholt. Ja, die sind auch down. Und hier euch schnell wegballern. Hallo. Soll ich dir meinen eigenen Fall nicht sehen? So, euch wieder weggeschossen. Hier kommt einer durch. Warum? Ich glaub nicht, Timmy. Tschüssi. So, Münzen entsammeln. Wo lebt denn da noch einer? Wo backt denn der jetzt rum? Ah, der bugt hier drinnen rum. Jetzt bugt er nicht mehr. Ich hab nur geholfen. Nein, kein Mitleid. Genau. So, haben wir hier noch ein paar Fältchen gebaut. Ein Uhr. Ja, verbrennt sich ja doch die Füße. So, hier unten wird schon wieder fleißig gestorben. Denn das geht immer. Ist einer durchgekommen. Ey, das erhört mich ja echt. Die immer selbst verschuldet. Aber naja, was soll's. Und dramatisch, wenn die immer durchkommen. Seger, fette Ohr. Bleib stehen. Oh, brennst du doch nur die Füße. Geht nicht gut, die Bombe, oder? Jawohl, die liegt gut. Oh, jetzt kommen mehrere Oger. Oh, kommen etliche Oger jetzt. Den haben wir. Ja, es kam etliche Oger. Die haben so viel Cash, ich könnte noch viel mehr Pfeilen bauen. Äh, warum brauche ich die? Ich dekoriere ein wenig um. So, die müssen wir schnell abschließen, weil die sind echt nervig. Vor allem, ich treff halt nicht. Manche sind mit einmal tot, ne? Wenn ich eine Hetti hinkriege. So, kommen wir welche. Oh, noch ist keiner durchgekommen, ne? Oh, ne. Ich hätte echt gut, wenn sie sich mal machen würden, wenn ihr die Schnelltypen kommt. Aber ich glaube, das Spiel wird eh nicht mehr weiterentwickelt, weil das ist ja schon... schon etwas älter. Es gab halt nur so'n Hetti. Ja, du stirbst eh. Zack. So fleischt. Oh, da kommt einer durch. Warum? Oder auch nicht. Ja, das kommt keiner mehr durch hier. Hätte ich aufgepasst, wäre der eine auch nicht durchgekommen. Das sind die letzten bestimmt. GG. Da haben wir das auch geschafft. Gibt mir nur vier Schädel. Super, wie immer. Und wir haben ein neues Endless Level und eine neue Falle. Die Felsbrockenrutsche. Endless Level möchte ich jetzt noch nicht spielen. Wir gucken erstmal ins Zauberbuch. Wir haben ein paar Schädel. Ob ich meine coole Schwebelfalle verbessern kann. Hey, kann ich. Oder es lädt sich schneller wieder auf. Fünf Gegner verbrennen oder schnell aufladen. Oder brennen länger. Ne, schneller aufladen nehme ich. Beide kann ich ja nicht nehmen. Genau, das geht nicht. Und dann würde ich meine Waffe noch mal ein bisschen stärker machen. Granaten höheren Schaden. Ne, Primärangriff verursacht noch manchmal Blutungsschaden. Zurückwerfen. Ja, auch nicht so geil. Gibt es da noch bessere Waffen? Ein Klingenstab. Da reicht aber doch. Wir nehmen einfach mal für die nächste Runde. Machen wir ein bisschen Nahkampf. Also bis dahin. Tschüssi, euer Rob.